Hallo, herzlich willkommen. Hier nochmal ein kleiner Input vom VHS Barcamp 2018 in Leipzig. Ich sitze hier, oder ich stehe, sitze, weil er so groß ist, mit Karl. Hi Joachim, grüß dich. Karl, du hast eine Session gemacht und hast sie am Ende sozusagen, du hast sie vorbereitet mit Martin Lindner. Genau. Und kannst du mal, also es war ja was ganz Besonderes, weil die Absicht war ja, jetzt nicht nur mit einem Brainstorming sozusagen rauszugehen, sondern mit ganz konkreten Arbeitsergewissen. Du hast auf der Website erweiterte-lernwelten.de hast du schon Interviews mit Martin gemacht. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das denn gelaufen, deine Session? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte schon ein bisschen Bammel, denn du hörst, meine Stimme ist jetzt nach der Session auf jeden Fall weg. Vorher durch die Erkältung war es auch noch nicht so ganz optimal. Und natürlich ist das eine große Herausforderung, in 45 Minuten wirklich richtig was zu erarbeiten und zehn Pitchfolien zu nehmen, mit denen ein konkretes Produkt zu erarbeiten. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück, gehen dahin vor das Barcamp, so vor drei, vier Wochen, wo ich mich super gefreut habe über den Input von Martin Lindner, weil das genau mir so ein bisschen ins Herz getroffen hat. Ich war auf drei VHS-Camps bisher und habe da immer so eine total positive Stimmung mit rausgenommen, aber konnte nie irgendwas, was ich da gemacht und getan habe, konkret in meinen Arbeitsalltag überführen. Und das ist, glaube ich, vielen Kolleginnen und Kollegen so gegangen. Und deshalb war dieser Ansatz von Martin zu sagen, wir bräuchten ein Instrument oder eine Schiene im Barcamp, wo es mal wirklich zur Sache geht, wo konkret Ergebnisse erarbeitet werden und dann in Projektbasis weitergearbeitet wird gemeinsam. Da bräuchten wir was und da habe ich eine Idee. Und diese Idee habt ihr auf der Website ja vorgestellt und ihr habt auch so Charts, nach denen ihr euch sozusagen gerichtet. Das fand ich ganz interessant, weil ihr seid ja schon mit ganz konkreten Materialen reingegangen und die habt ihr ja, wie ich hörte, ziemlich diszipliniert durchgearbeitet. Auf jeden Fall. Also wir hatten Amelie und Beatrice vom Erweiterte Lernweltenverein dabei als Zeitgeberin und als Protokollantin, weil alleine kannst du sowas nicht moderieren, dokumentieren und wirklich 45 Minuten durchtakten. Und wir hatten dieses Instrument, was du auf erweitertelernwelten.de dir runterladen kannst. Da kannst du auch nochmal meine Interviews hören mit Martin, der das auch ganz gut einordnet und sagt, was ist eigentlich Agilität in unserem Bildungsbereich? Was sind die Grundlagen dafür, gemeinsam etwas zu machen? Was ist das Selbstverständnis auch, dass es braucht dafür? Und dann hat er diese zehn Pitchfolien aus dem Silicon Valley schön geklaut, ins Deutsche übersetzt und uns großzügigerweise zur Verfügung gestellt. Und das ist auf jeden Fall ein Instrument, was relativ offen ist noch, aber das schafft das ganz gut durchzutakten und die wichtigen Fragen zu stellen. Und die haben wir natürlich in 45 Minuten nicht perfekt beantwortet, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, aus den 15 Session-Teilnehmern vier Leute herauszuschälen, die Bock haben mit mir an meinem konkreten Projekt weiterzuarbeiten. Und das ist eine tolle Sache, also da habe ich mich mega gefreut. Würdest du das im kommenden Barcamp oder auf anderen Barcamps nochmal genauso machen? Also es ist ja immer so ein kleiner Aufwand, also du brauchst schon mal drei Leute, wenn das sozusagen in der Startphase spielt, da ist man vielleicht routinierter, aber jetzt ist mal drei Leute, um sowas aufzusetzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas verstetigen kann. Die Idee, mit der Martin gekommen ist, war ja auch noch ein bisschen größer, hat gesagt, wir bräuchten eigentlich einen kompletten Track, um zu sagen, Session in dem Raum sind immer Arbeits- und Projektsession und funktionieren unter anderen Vorzeichen. Weil ich glaube, diese Arbeitshaltung ist super wichtig und auch so ein bisschen schwer zu vermitteln, weil es sich natürlich auch ein bisschen bricht mit diesem eher brainstormig-artigen Grundhaltung im Barcamp. Sonst, in den anderen Sessions wird ja eher viel diskutiert und es ist sehr, sehr offen. Und ich glaube, das kann man umsetzen und es fällt dann natürlich leichter, wenn man noch ein bisschen das Instrument ein bisschen besser fasst und auch ganz klar sagen kann, es gibt einen Ort dafür und institutionalisiert das sozusagen, dass man sagt, ey, du hast Bock, wirklich konkret auf ein Projekt hinzuarbeiten, so das kannst du machen und dann wissen alle deine Leute, die in die Session kommen, so das erwarten, was sie da erwarten können. Weißt du, nun ist es ja so, die Barcamps sind ja Unkonferenzen und sind ja so populär, weil man gerade nicht sozusagen so diszipliniert arbeitet, sondern so ein bisschen locker, man kann sich auch mal zurücklehnen und nur zuhören. Hast du eine Rückmeldung der Teilnehmer und Teilgeberinnen, wie das für sie am Ende war? Also kannst du dir vorstellen, im nächsten Barcamp, dass es so einen Track gibt, dass die Leute das mitmachen? Also wir zwingen ja niemanden dazu, in eine Projektgruppe zu kommen und hart zu arbeiten und wenn du da nicht einer Meinung bist, dann kannst du gleich rausgehen. Das ist ja natürlich totaler Quatsch, sondern das ist nach wie vor eine total offene und freundliche, kooperative Atmosphäre gewesen, wo die zehn Leute, die jetzt nicht in dieser Projektgruppe mitarbeiten wollten, super konstruktiv mitgearbeitet haben und für sich, glaube ich, nicht das Gefühl hatten, sie wären in irgendwas reingezwungen, was total konträr zur restlichen Barcamp-Philosophie steht. Und deshalb könnte ich mir das schon gut vorstellen, das zu verstetigen und damit zu arbeiten. Und ich finde auf der anderen Seite, es ist für mich als Sprachen-HPM eine ganz seltene Möglichkeit, mal außerhalb meiner üblichen Strukturen Leute kennenzulernen, die in ähnlichen Arbeitsfeldern unterwegs sind, die an ähnlichen Sachen arbeiten. Und das ist eine totale Verschwendung, wenn ich mit denen, die genau die gleichen Sachen machen wollen, und ich weiterarbeite. Und deshalb muss ich doch irgendwie das Barcamp nutzen, um mit denen ins Gespräch zu kommen und möglichst konkret ins Gespräch zu kommen. Okay, das hört sich gut an. Also wir veröffentlichen das jetzt hier auch auf erweiterte-lern-welten.de und ich glaube, wir können ganz gespannt sein, dass wir beim nächsten VHS-Camp 19 in Stuttgart wieder so eine Session oder so ein ganzes Board sozusagen bekommen. Und vielleicht können wir auch über den Verein vorher noch mal so ein paar Themen benennen, die über so ein Board bearbeitet werden, sodass vielleicht die Ergebnissicherung noch ein bisschen mehr ist, als sozusagen so ein lockeres Hineinschreiben in so ein VHS-Pad. Da wäre sicherlich die Adaption von den Folien, die Martin jetzt zugegebenermaßen auch erstmal sehr grob übersetzt hat und wo er auch selbst sagt, die sind noch optimierbar. Dass man die noch mal anpasst, das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Und das auch frühzeitig in die Community gibt, sodass die Leute überlegen können, ist das was für mich, kann ich das einsetzen? Und oft ist es ja auch nur eine Frage, dass du was kennen musst, um es dann auch benutzen zu können und zu wollen. Okay, Karl, vielen Dank. Danke dir auch. Und wenn ihr die optimierten Folien haben wollt, wir sagen es jetzt zum letzten Mal, die sind auf der Website zu sehen. erweiterte-lern-welten.de Okay, soweit. Tschüss. Ballmermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer